Hallo, ich bin David Nathan und lese hier gerade mittlerweile den achten Teil von Volker Kutschers Gerion-Radreihe vor. Vielleicht kennt ihr die Figur aus der Serie Babylon Berlin. Ja, mittlerweile, wie gesagt, der achte Teil. Es wird super spannend. Wir nähern uns einer schwierigen Zeit, der Machtübernahme der Nazis. Und ja, es ist einfach toll zu lesen, wie der Gerion-Rad damit umgeht, wie sich sein Leben verändert und was aus denen wird. Die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen über die Jahre und ich kann es euch nur empfehlen. Es bleibt spannend und wird eigentlich immer besser. Also hört es euch an. Vielen Dank. Tschüss.